Was ist das, was man im täglichen Leben benutzt? Es sind eben weitere Dinge hinzugekommen und da wird SQL heute noch oft unterschätzt, denn es kann wesentlich mehr als diese einfachen Abfragen. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was so das einzelne Datenbanksystem implementiert. Und es gibt ja welche, die sind näher am Standard, andere implementieren Sachen ein bisschen was später. Der Standard ist bei SQL ja nicht so, wie bei manchen anderen Sprachen, dass man sagt, okay, da wird erstmal irgendwas implementiert und gemacht und irgendwann wird es standardisiert. So wie bei JavaScript zum Beispiel, da war die Sprache ja erst da und wurde Jahre später mal standardisiert. Bei SQL wird das ein bisschen anders gehandhabt. Da sitzen sie dort im Gremium zusammen und denken sich irgendwas aus. Das wird dann veröffentlicht, oft natürlich durch einen der Hersteller angeregt. Und im Laufe der Jahre wird dann das nach und nach in den einzelnen Datenbanksystemen implementiert. Und so ist da so die Historie. Ja, mal kurz zu mir, zur Vorstellung. Ich habe irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, aber das ist schon Äonen her. Das heißt also, so furchtbar viel kann ich aus dem, was ich an der Hochschule mal gelernt habe, nicht mehr ziehen. Ich habe ziemlich lange Informatiker ausgebildet, so in Vollzeit, auch sowohl von meiner Seite als auch von den Teilnehmern her. Seit 2013 mache ich das aber freiberuflich. Und das sind im Allgemeinen so Seminare, die zwischen ein und fünf Tagen dauern. Unter anderem natürlich mit einem großen Schwerpunkt auf SQL und da auf PostgreSQL, aber durchaus auch andere Themen wie ein bisschen Linux-Administration und wenn der Kunde es will, auch mal JavaScript oder C++ oder andere Dinge. Ich habe für Betriebssystem auch noch einen Lehrauftrag an der Fachhochschule, aber inwieweit ich das noch demnächst in meinen Plan einbauen kann, wird man sehen. Ja, ich habe mich dann zum Anfang meiner freiberuflichen Tätigkeit auch mal LPG-2 zertifizieren lassen und auch PRINCE2 braucht man für Projekte ja auch mal. Ja, und es gibt so ein paar Tools, die ich ganz toll finde. Manche davon finden auch andere Leute toll. Bei anderen Tools bin ich da nicht so unbedingt auf dem Mainstream, aber das stört auch nicht. Man sagt zwar, Security by Obscurity sei ja nicht das Wahre, es stimmt ja auch, aber andererseits, wenn man Dinge verwendet, die nicht auf so vielen Rechnern sind, es werden immer nur die populären Systeme angegriffen, wenn überhaupt. Ja, also PostgreSQL ist sicherlich Mainstream. Es gab ja heute schon Vorträge dazu. Heute Morgen einen interessanten zum Thema, was PostgreSQL alles mit JSON kann, sodass man, auch wenn man JSON machen möchte, nicht unbedingt auf eine sogenannte NoSQL-Datenbank angewiesen ist, wenn man das nicht möchte oder eben auch strukturierte Daten hat. Dann verwende ich relativ viel für meine Anwendungen die Tool Command Language mit dem Toolkit. Das Toolkit an sich ist ja auch im Zusammenhang mit Perl und Python ganz beliebt. Die Tool Command Language ist aus mir nicht näher bekannten Gründen nicht so allgemein beliebt und hat keinen Hype, aber das ist halt so. Ich verwende kein Git, ich verwende kein Mercurial, ich verwende kein SVN, um Gottes Willen. Ich verwende halt das Fossil-Source-Code-Management und bin damit auch ganz glücklich. Finde ich halt ein bisschen handlicher und ein bisschen einfacher als die anderen Systeme. Und ja, so hat jeder halt seine eigenen Ideen und seine eigenen Vorstellungen. Mein Motto ist immer keep it simple and stupid. Ja, wenn ich mir vorstelle bei Fossil, habe ich immer ein Repository einschließlich Bugtracker, einschließlich Wiki mit allem Zip und Zap in einer einzigen Datei. Und die kann ich mal eben irgendwo hin übertragen, sichern und so weiter. Und muss dann eben nicht einen Bugtracker verheiraten mit dem Source-Code-Management, mit dem Wiki und ich weiß nicht was. Das ist da alles wunderbar integriert und trotzdem ist das Ding nur eine Handvoll Megabyte groß. Wenn die vorhin nachher veröffentlicht. Ja, kann ich machen, ja. Ja. Bisschen was zu Ansi ISO SQL. Die Standards haben sich, wie eben schon erwähnt, sehr gut entwickelt seit 1986. 86 war der erste Standard, dann 89 und 92. 92 war ein großer Sprung. Seitdem gab es dann eben auch Datentypen wie Timestamp und Date und solche Sachen. Auch wenn die heute noch nicht alle Systeme haben. 1992 ist ja noch nicht lange her. Manche Leute brauchen da ein bisschen länger. Ja, und auch solche schönen Dinge wie das Schlüsselwort Join mit Join-Using, Join-On und Natural-Join. Auch das haben noch nicht alle Systeme. Da gibt es ein System von so einer kleinen, unbedeutenden Firma aus Redmond. Die können das noch nicht. Aber es mag auch am Willen liegen an manchen Stellen. Ganz klar ist, der Standard ist extremst umfangreich. Auch damals 92 schon. Es gibt kein System, was den gesamten Standard erfüllt. Der wurde doch mal eingeteilt so in Entry-Level, Intermediate-Level und Advanced-Level. Also wenn irgendwelche sagen, ja, wir erfüllen den Standard, meinen die immer nur den Entry-Level. Auch so die großen Big Player. Ganz klar. Trotz Standards gibt es große Unterschiede zwischen den, wie sie den Standard so umsetzen. Und ich bin immer der Meinung, man kann ein Feature haben oder ein Feature nicht haben. Aber irgendwas haben, was dann so ähnlich ist oder genauso heißt, aber was anders tut, das ist relativ böse. Aber so ist es halt, da müssen die Leute mit leben. Ich bin immer tierisch auf die Nase gefallen vor vielen, vielen Jahren. Habe ich mal so eine Date-Spalte gemacht bei einer Datenbank. Und dann haue ich da mal so ein paar Daten rein, so mit Current Date und dann ein paar Sachen so explizit mit dem Datum von gestern. Und dann ziehe ich mir mal alle raus, wo eben Datum gleich Current Date ist. Was kam raus? Nichts. Warum? Das war eine Datenbank, die einem heimlich in eine Date-Spalte auch eine Uhrzeit mit einschmuggelt. Und die Sekunden waren natürlich nie gleich. Aber Date heißt Datum. Ja, wie der Name ja schon sagt. Und eigentlich hat das eine Datumsauflösung. Anzahl Tage seit Tralala oder so. Okay, 92 und 99 waren eben so diese großen Sprünge bei den Features. SQL 92 hat eben solche Sachen eingeführt wie diese Datentypen VARCA. Vorher war das nur Character. In COBOL gab es keine variabellangen Zeichenketten. Die waren immerhin mit Blanks gefüllt. Und dieses Blank Padded ist das, was man heute noch im Datentyp Character hat. Aber eben VARCA oder Character Varying, ausgeschrieben, macht ja keiner. Ja, Date, Time, Timestamp wurde also mittlerweile eingeführt. Auch die Typumwandlungen mit Cast und eben der Join wahlweise mit Natural oder mit Join On oder mit Join Using. Es wurden dann auch diese überflüssigen Schlüsselwörter wie Inner und Outer eingeführt. Die hat noch nie jemand gebraucht. Die kann man schreiben, wenn man fleißig ist. Die kann man genauso gut weglassen. Sie sind reine Noise. Wenn ich einen Left-Join habe, ist der immer Outer. Wenn ich keinen Left- oder Right-Join habe, ist er immer Inner. Also, fort damit. Check-Constraints wurden eingeführt. Es gibt da auch ein Datenbanksystem, das behauptet von sich, es sei das populärste Open-Source-Datenbanksystem der Welt. Steht das zumindest groß dran? Stimmt aber nicht. Das populärste Open-Source-Datenbanksystem, wenn man die Anzahl Installationen anschaut, ist welches? Escolite. Escolite. Schon um alle anderen auszustechen. Okay, das spielt in einer anderen Liga. Will ja keiner behaupten, dass das das Gleiche wäre. Aber Escolite kann Check-Constraints. Dieses andere, was das nur von sich behauptet, kann das immer noch nicht. Das sagt zwar immer Ja und Am zu allen Check-Constraints, kümmert sich aber nicht drum. Schade aber auch. Kommt vor. Ja, das Informationschema wurde eingeführt. Ist ganz praktisch. Dann habe ich nämlich ein Schema in der Datenbank, wo alle Tabellen, alle Benutzer, alle Spalten und so wunderbar drin beschrieben sind. Und auf jedem Datenbanksystem ist das gleich. Sofern vorhanden, ja. Sofern vorhanden. Aber ein bisschen Verlust ist immer. Und, auch eine schöne Geschichte, der SQL-Code ist mittlerweile völlig tot. SQL-Code hat einem nur so gesagt, ja, Null ist okay. Und wenn ich Daten lese und kriege irgendwann 100, dann ist EOF sozusagen. Also Ende der Daten. Alles andere war beim SQL-Code eben implementationsspezifisch. Der SQL-State ist erstens nicht nur eine Zahl, sondern so hierarchisch angeordnet. So Fehlergruppen oder Statusgruppen. Und dann Details darunter. Und der ist auch weitestgehend einheitlich. Das war auch ein schöner Fortschritt, muss man sagen. So, 1999. Da kamen jetzt die Dinge dazu, über die wir gleich im Weiteren sprechen. Nicht der Datentyp-Boolean. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass der so spät eingeführt wurde. Da habe ich letztens erst nachgeguckt. Irgendwie war der mir schon länger geläufig. Aber es gibt ja immerhin noch so ein paar Datenbanken von großen Playern, die immer noch nicht geschafft haben, einen Boolean-Datentypen einzuführen. Das führt dann dazu, dass in einem Unternehmen die eine Abteilung sagt, ey, komm, kleines T, großes F zu und voll. Nein, 0 oder 1, großes C, großes F oder W und F wie wahr und falsch. Jeder macht das anders und dann hat man nachher im Ende ein richtig schönes Chaos. Insbesondere dann natürlich, wenn bei Unternehmen zusammengehen, fremde Projekte zusammengeführt werden. Man muss sich ja irgendeine Lösung für den Wahrheitswert suchen und machen. Aber sinnvoll ist natürlich, dass die Datenbank das selber hat. Und jede gute Datenbank hat auch einen Datentyp und vergewaltigt da jetzt nicht irgendwie einen Zahlenwert oder einen Zeichenwert. Das ist ja alles nichts. Benutzerdefinierte Typen wurden auch eingeführt. Create-Type ist teilweise sehr, sehr nützlich, dass man sich selber Typen macht. Zum Beispiel Enumerations. Kennen wir alle aus Programmiersprachen. Warum nicht in der Datenbank? Ganz eins zu eins. Warum denn nicht? Rot, grün, blau. Ja, angenommen, abgelehnt. Oder was auch immer, was man da machen kann. Und so. Ja, Arrays wurden eingeführt. Lösen natürlich so ein ganz kleines bisschen dieses Modell auf. Am Kreuzungspunkt einer Zeile, einer Spalte steht immer exakt ein Wert. Wenn ein Array steht, ist das nicht ein Wert. Gut, man muss eben manchmal ein bisschen denormalisieren. Wenn es dafür richtig Power bringt, lebt man ja damit. Grundlegende Urlaubfähigkeiten wurden auch eingebaut. So zum Beispiel die Groupingsets und die Window-Funktionen. Und die stellen wir dann gleich auch mal im Detail vor. Und der zweite große Punkt 99 waren die Common-Table-Expressions. Haben wir heute Morgen ja auch schon ein bisschen was angesehen, ja, wer bei dem Vortrag war. Und die rollenbasierte Rechteverwaltung. Es gibt also nicht mehr Benutzer und Gruppen, sondern es gibt nur allgemein dieses Item sozusagen und dieses Objekt in der Datenbank, was sich Rolle nennt. Und eine Rolle kann in verschiedenen anderen Rollen drin sein. Das kann kreuz und quer gehen. Manche Rollen können sich einloggen, andere nicht. Die sich nicht einloggen können, sind halt so eine Art Gruppenrollen. Und die anderen sind halt die Login, also die Benutzerrollen. Dann kommen wir zu den Common-Table-Expressions. Die haben ein neues Schlüsselwort eingeführt, und zwar das Schlüsselwort WITH. Damit lege ich fest, wie eine Common-Table-Expression auszusehen hat. Ich gebe also einen Namen und das ist dann sozusagen wie eine neue Tabelle oder wie eine Sicht auf Daten. Aber im Unterschied zu einer normalen Sicht, also mit Create View, hat das nur für die aktuelle Anweisung eine Gültigkeit. Und das Tolle daran ist, die WITH-Anweisung mit den Common-Table-Expressions kann jeder Benutzer verwenden, der ganz normale Select-Rechte hat. Während um eine Sicht zu hinterlegen, muss ich ja die Möglichkeit haben, ein neues Objekt in der Datenbank zu erzeugen. Eine neue Sicht, die muss ich ja hinterlegen. Das kann und brauche ich bei Common-Table-Expressions nicht. Und das sieht dann also so aus. Ich habe also das Schlüsselwort WITH, dann der Name meiner Common-Table-Expression, oft bei kleineren Sachen nennt man die einfach nur T oder so, T wie Table oder CTE oder wie immer man die nennt, Schlüsselwort AS und dann in runden Klammern ein Select-Statement. Ein ganz normales Select-Statement, was auf Datenbank irgendwie zugreifen kann. Kann auch ein bisschen Select-Current-Date, muss auch nicht auf die Datenbank zugreifen. Dann kann ich auch mit Komma eine weitere Common-Table-Expression definieren. Da kann ich beliebig viele machen. Und die ich weiter hinten definiere, die dürfen auf die weiter vorne definierten, ohne weiteres zugreifen. Und das kann ich jetzt natürlich beliebig oft machen. Das kann ich einen richtigen Stapel machen. Das Gleiche kann man theoretisch auch mit gestarteten Unterabfragen machen. Nur so ist das wesentlich übersichtlicher. Ich kann mich da so Schritt für Schritt an die Lösung meines Gesamtproblems schön herantasten. Und vor allem kann ich sie auch alle schön benennen. Und wenn ich jetzt die letzte Klammer zugemacht habe und da folgt dann kein Komma mehr, dann kommt das immer schon vorhandene Select. Das ist sozusagen das Main Select. Die anderen sind ja Sub-Select innerhalb der Common-Table-Expression-Definitionen. Und hier kommt jetzt vielleicht irgendwas. Und ich kann auf alle definierten Common-Table-Expressions zugreifen. Also hier müsste in einem Sub-Select könnte ich auf das weitere From zugreifen. Ohne Sub-Select kann ich nicht zweimal From haben, ist klar. So kann das also aussehen. Und man kann immer auf das, was weiter links steht, zugreifen. In der Reihenfolge würde man die also anlegen. Was ist der Zweck von der ganzen Übung? Einmal, dass es übersichtlicher wird. Dass ich eben diese Zwischenergebnisse gut benennen kann. Und wenn ich auf eine Common-Table-Expression an verschiedenen Stellen zugreife, also in weiteren Common-Table-Expressions weiter hinten oder auch im Haupt-Select, und das Haupt-Select kann auch wieder Unter-Selects haben, wo ich nochmal drauf zugreife, die gesamte Common-Table-Expression wird immer nur ein einziges Mal ausgewertet. Das muss man dann berücksichtigen, wenn man in so einer Common-Table-Expression eine Funktion aufruft, die Nebeneffekte hat. Der Nebeneffekt kommt genau einmal. Aber macht man ja sowieso nicht. Ist ja kein funktionales Programmieren, aber es gibt Leute, die tun sowas und wundern sich, naja, ich rufe das ja dreimal auf, warum passiert es denn nicht dreimal? Nee, kann nicht. Eine Common-Table-Expression wird immer nur einmal ausgewertet. Das ist ja gerade ein gewisser Performance-Boost und es kann ja ein aufwendiger Vorgang sein. Und ich habe eben eine View-ähnliche Konstruktion, ohne dass ich das Recht zur Objekterzeugung haben muss. Ups, da ist irgendwas nicht ordentlich markiert. Kann passieren. Dann blenden wir das andere mal direkt mal Flux ein. Es gibt verschiedene Arten von Common-Table-Expressions. Es gibt einmal die gewöhnlichen, gerade genannt, und es gibt sogenannte rekursive Common-Table-Expressions. Die muss ich in PostgreSQL mit dem Schlüsselwort, was es im Standard durchaus auch gibt, Recursive-Kennzeichnen. Ansonsten funktioniert das nicht. Die anderen Datenbanken nehmen quasi immer an, dass es rekursiv sein könnte. Bei PostgreSQL darf ich das Recursive nur dann weglassen, wenn ich da eine Funktion habe und keine normale Tabelle. Recursive Common-Table-Expressions dienen oft dazu, in Tabellen abgebildete Hierarchien abzufragen. Da hatte Oracle immer schon früher so eine andere Lösung für. Die haben ja oft so Spezial-Schreibweisen. Die hatten ja auch vor dem Left- und Right-Join mit so einem Pluszeichen in Klammern so eine Sonderschreibweise. Aber das ist jetzt eben alles im Standard drin und das ist eben schöner, wenn das einheitlich funktioniert. Ganz typisch Mitarbeiter-Hierarchien, das kommt gleich im Beispiel. Oder, habe ich heute nicht als Beispiel dabei, aber ist eben auch gängig, Stücklisten. Da habe ich auch mal so ein Beispiel ausgearbeitet. Eine Sitzgruppe besteht aus Tisch und vier Stühlen und der Tisch besteht aus vier Beinen und der Tischplatte. Und der Stuhl besteht aus Sitzfläche und Rückenlehne und vier Füßen und dann den Haltern für die Rückenlehne. Und dann kommen noch ein paar Schrauben dazu und so weiter. Und das kann so schön hierarchisch, wenn man sagt, wir brauchen drei Sitzgruppen, aber dazu noch zwei separate Stühle und nochmal vier Extratische, dann kann man daraus eben sehr schön die Stückliste ableiten, wie viele Schrauben, wie viele Beine, welcher Art brauche ich denn jetzt. Das kann man also dann in einer Tabelle schön hinterlegen. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was man auch in Mitarbeiter-Hierarchien hat, auch wenn das nicht alles unbedingt Tische und Stühle und Teile sein müssen. Aber das sind eben Dinge, die hierarchisch sind. Das wäre jetzt ein Beispiel zu einer fiktiven Tabelle, aber, oder fiktiven Tabellen, da habe ich jetzt keinen Code zu, also keine Daten. Und zwar, ich definiere mir aus einer Tabelle V-Auftrag, die soll das also irgendwie geben, das könnte auch eine View sein, manche Leute nennen ja Views mit V-Unterstrich davor, spielt aber keine Rolle. Ich hole mir den regionenbezogenen Umsatz dadurch, dass ich mir die Region ziehe und die Beträge summiere, und zwar über die Regionen. Dann habe ich das schon mal zusammengefasst zur Hand. Dann kann ich damit hingehen und mir die sogenannten Top-Regionen raussuchen. Dann nehme ich nämlich den Region-Umsatz von hier und schaue mal, ob die Betragssumme aus der jeweiligen Region größer ist als 10% von der Summe aller Umsätze. Ich suche mir also die Regionen heraus, die mehr als 10% zum Gesamtumsatz beitragen. Das in einer Abfrage zu machen, wäre schon knifflig gewesen. Kriegt man so aber in zwei Schritten irgendwie gedanklich ganz gut auf die Reihe. Und jetzt im Hauptselect hole ich mir also Region, Produkt, Summe und so weiter, alles mögliche. Das sind ja wirklich Detaildaten auf die einzelnen Produkte. Aber da kommt irgendwie die Region ja auch drin vor. Und das mache ich aber nur dann mit den Sachen, wenn das Ding in den Top-Regionen drin vorkommt. Muss ich natürlich entsprechend hier dann gruppieren. So kann ich also dann auf diese Dinge jeweils nochmal zugreifen. Und die gesamte Abfrage kann man ohne machen, ohne Commentable Expression, wird aber wesentlich unübersichtlicher. Das wäre also der typische Fall, Commentable Expression dazu, dass es übersichtlicher wird. Ups, da will da nichts. Da blitzt irgendwas weg. Seht man da was? Ne, ne? Weiß auch nicht, was die... Ah, kommen wir aufs Nächste. Zahlen summieren. Da haben wir was Rekursives, dass also eine Commentable Expression angewendet wird, ohne dass ich überhaupt auf die Datenbank zugreife. Das geht also immer sofort. Wenn ich eine rekursive Commentable Expression habe, habe ich also hinter WIS das Wort Recursive stehen. Wenn es nicht PostgreSQL ist und die andere Datenbank kann das grundsätzlich, braucht man das Schlüsselwort nicht. Hier definiere ich dann wieder den Namen der Tabelle, an dem Buch von CTE Name 1. Aber jetzt gebe ich auch den Spaltennamen an. Den gebe ich deswegen an, weil ich nämlich hier durch die Values-Klausel ja auch einen Tabellenwert darstelle, aber keinen Spaltennamen hat. Irgendwo muss der Spaltenname ja herkommen. Man hätte auch das hier nehmen können, 1, S, irgendwie N oder so. Aber das ist so einfacher. Das wird also einmal ausgewertet. Dann habe ich schlicht und ergreifend irgendwo eine 1 stehen. Dann mache ich aber ein Union, sprich eine Vereinigungsmenge. Sinnvollerweise sollte man, wenn kein besonderer Grund dafür besteht, es anders zu machen, ja immer Union All schreiben, weil Union All wesentlich performanter ist. Ein Union versucht ja immer Doppelungen zu finden und würde dazu eben immer den ganzen Krempel sogar sortieren. Lassen wir weg, brauchen wir nicht. Hier kommt eh nichts doppelt vor. Ich hole mir jetzt das N plus 1 aus dieser Tabelle T, aber begrenze das darauf, dass N kleiner 100 ist. Das heißt, im ersten Durchlauf hole ich mir diese eine 1. In den weiteren Durchläufen, rekursiv, greift das immer wieder auf sich selber zu und holt quasi dadurch immer den nächsten Wert. Damit habe ich die ersten 100 Zahlen. Kann man einfacher haben, aber nur um das rekursive Prinzip zu zeigen. Es gibt Generate Theories in PostgreSQL, da kann ich es einfach so machen. Aber ich habe jetzt diese Tabelle mit den ersten 100 Zahlen und über die summiere ich. Weil ich eben diese Summfunktion habe und keine Gruppierung, habe ich die gesamte Tabelle eine Gruppe und habe ein Ergebnis. Das kann man auch an einem anderen Beispiel gut sehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Diese Legende von der Erfindung des Schachspiels, kennt ihr die? Irgendso ein König mit den Reiskörnern. Irgendso ein König wollte den Erfinder des Schachspiels belohnen und hat ihm einen Wunsch freigegeben. Und dann sagt er, ja, ich habe einen ganz bescheidenen Wunsch. Den beziehe ich natürlich direkt aufs Schachspiel. Auf das... Auf das erste Feld legen wir ein Reiskorn. Auf das zweite Feld legen wir zwei Reiskörner. Auf das dritte legen wir vier und dann acht und so weiter. Ich meine, wir sind Informatiker, wir kennen Zweierpotenzen. Wir wissen, das wächst schneller, als der König sich so gedacht hat. Und wir können ja mal ausrechnen, wie viel das ist. Das wird einem wahrscheinlich mit einer der klassischen Datenbanken nicht gelingen. Was ist das Problem? Ja, 64 ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Abgesehen davon, es heißt Reiskörner, das ist im Prinzip eine Iteration. Deswegen nicht so schlimm. Nein, das liegt daran, die Zahl wird zu groß. Die kriegen wir in den Ganzzahltypen oft nicht mehr abgebildet. Das ist das Problem. Aber bei Postgres haben wir ja kein Problem. Wenn wir da mal tausend Stellen in der Zahl haben, ist das kein Problem. Die berühmte Zahl 38, die so manche kommerzielle Datenbanksysteme da als Grenze haben, die haben wir ja nicht. Wir machen das also so. Deswegen habe ich hier jetzt auch ein Cast 1 as Numeric stehen. Denn mit einem Big Int käme ich auch nicht hin. Dann kracht es irgendwann. Um die 50 oder irgendwie so. Das heißt, ich nehme die 1 als Numeric und Numeric ohne besondere Angabe. Ich kann immer tausend oder zweite auf den Stellen haben. Das spielt ja alles keine Rolle. Und dann mache ich dann Union All auf N mal 2. Und das Ganze limitiere ich auf 64. Ich habe ja so keinen Summen gemacht, sondern ich hole mir jetzt wirklich die 64 Werte. Wie viel ist auf dem ersten Feld, wie viel ist auf dem zweiten Feld. Darüber könnte ich jetzt natürlich nochmal summieren. Und sagen, wie viel sind es denn insgesamt. Aber da ich auf dem letzten Feld ja schon, kann auch den Wert vom letzten Feld mal 2 nehmen, 1 abziehen. Das wäre dasselbe. Kann man also machen. Könnte man jetzt auch mal direkt praktisch durchführen, wenn ihr daran Interesse habt. Ich kann mal gucken, wo mein Terminal ist. Ne, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. So. Ne, da hatte ich glaube ich eine größere Schrift eingestellt. Dann schiebe ich das mal eben rüber, dass ihr das sehen könnt. Da muss ich auf den... Das geht nicht, wenn der im Fullscreen ist. Da müssen wir kurz aus dem Fullscreen raus. Das will er nicht. Genau. Und dann kann ich ihn nämlich rüberschieben. Dann funktioniert das. Genau. Dann muss ich mir eben schnell den Code kopieren. Und wieder mal aus da rein. Und zack. Hat er nicht. Da. Das geht. Es gibt dann ein relativ langes Ergebnis. Und er wird eine etwas größere Zahl. Ist aber jetzt nicht irgendwie problematisch oder so, dass es jetzt so riesig wäre. Das nur so. Also das kann man durchaus machen. Und dann machen wir damit weiter. Also das kann man damit auch erledigen. Da ist also auch die Common Table Expression ganz sinnvoll. Aber jetzt wollen wir doch mal auf Daten zugreifen. Hat irgendjemand sein Datenbanksystem hier am Laufen? Könnt ihr im Prinzip direkt mitmachen. Ich kann euch sagen, wo die Daten stehen. Aber ihr könnt es natürlich nachher auch in Ruhe zu Hause probieren. Wenn jemand Interesse hat, sage ich, wo die Daten stehen. Nicht? Gut. Dann alle zugucken. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Ich habe also Employee-IDs. Die haben Namen. Und die haben auch eine Nummer des Bosses. Das ist also die Angestelltennummer des Vorgesetzten. Der hat dann auch einen Namen. Und vollständig wäre sozusagen die gesamte Hierarchie davon. Da habe ich also jetzt eine Abfrage auf meine Tabelle. Die heißt AMP wie Employees. Und da hole ich mir die AMP-ID-Name und so weiter raus. Beim ersten, sozusagen, gehe ich davon aus, da ist gar nichts. Der hat keinen Vorgesetzten. Irgendeiner ist der Boss von allem. Und der hat auch keine Liste von Vorgesetzten. Da steht auch erstmal Null dabei. Aber ja. Und dann kann man das Ganze kombinieren. hole ich nur bei denen raus, wo der Boss gleich Null ist. Und das kombiniere ich dann hier mit einer rekursiven Unterabfrage. Und da baue ich dann sozusagen die Liste der Vorgesetzten immer nach und nach zusammen über diese Zeichenketten-Operation. Dass ich das daran anhänge. Und ich joine eben die Tabelle der Angestellten mit der, mit der hier, oh ne, hätte ich nochmal M schreiben müssen wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall müssen die beiden dann, der Boss von dem einen muss der Vorgesetzte des anderen sein. Und dann kann ich das Ganze da rausziehen. Und, nochmal gucken. Irgendwas ist doppelt. Manchmal hat er da sowas. Das haben wir beim Dibro-Office leider manchmal. Da, so sieht es dann aus. So soll es, nein, ein Tastendruck zu viel, da wollten wir nicht hin. Och nö. Das ist doch jetzt Tastaturpuffer oder was. Mann, da kommen wir gleich hin. Da kommen wir gleich hin. Jetzt hat er 100.000 Tastendruck im Tastaturpuffer. Wir wollen das Ergebnis mal sehen. So. Wir haben also die Employee-ID. Nach der ist jetzt auch im Moment sortiert. Und dann haben wir die Leute. Und der hat eben keinen Boss. Und der gesamte Pfad, wo er selber mit drinsteckt, ist natürlich dann sein eigener Name. Deswegen stand da eben auch M-Name. Und an den hänge ich dann gegebenenfalls immer weiter an. Das heißt, Hans ist der Vorgesetzte von allen anderen. Das sind so die Abteilungsleiter Anna und Urs. Und Anna hat diese Untergebenen. Und Urs hat diese Untergebenen. Also, Anna hat den und so weiter und so weiter und so weiter. Und Anna selber hat die Nummer 2. Deswegen steht hier Anna Nummer 2 jetzt hier. Und so geht das dann weiter. Sonst kann man damit also sehr schön abbilden. Und das Gleiche kann man dann eben auch mit Stücklisten machen, wenn man eben andere Daten hat. Und OLAP-Funktionen gibt es auch so ein paar. Das ist auch eine sehr hübsche Angelegenheit. Das wäre dann Erweiterung von Group By. Group By ist bisher so, dass ich das am Ende eines Selects machen kann. Ich habe also erstmal das From, dann habe ich das Where und das Group By. Und das sagt dann eben, wie will ich die Tabelle gruppieren. Und ich bekomme dann eben genau ein Tuppel raus, eine Zeile pro Gruppe. Wenn ich jetzt nach verschiedenen Kriterien gleichzeitig gruppieren will, ging das bisher nicht. Das geht jetzt mit sogenannten Grouping Sets. Da habe ich also mehrere Gruppierungen gleichzeitig in einer Abfrage. Das ist der große Vorteil dabei. Und ich kann zusätzlich noch so ein Gesamtergebnis haben. Nicht nur die einzelnen Gruppenergebnisse, sondern auch wirklich ein Gesamtergebnis über alles. Sieht zum Beispiel so aus. Eine Abteilungs-ID, Abteilungsname, Job-ID, also so eine Art Tätigkeit, wie Maschinenführer oder so. Und dann der Name des Jobs. Und die Anzahl der Leute, die in der Abteilung arbeiten oder die einen bestimmten Job machen. Verschiedene Kriterien, wie ich zählen will. Die Leute pro Abteilung, die Leute pro Job oder auch bezogen auf die Kombination. Je nachdem. Das ziehe ich mir aus den Employees mit der Abteilung zusammen und dem Job. Hier sehen wir auch ganz schön, Employee und Abteilung muss ich joinen über die Department-ID. Weil die beiden Tabellen zusätzlich noch gemeinsam die Amp-ID haben. Die Amp-ID ist nämlich beim Employee der einzelne Angestellte und bei Debt ist das nämlich der Chef der Abteilung. Das ist da so ein bisschen redundant gespeichert. Und wenn ich dann über beide joinen würde, hätte ich ein Problem. Dann wären ganz viele Leute rausgefallen aus der Menge. Deswegen muss ich hier ein Join-Using nehmen. Die gemeinsamen Spalten als Join-Kriterium. Mit Job kann ich so joinen. Job-ID kommt nur einmal vor. Das ist eindeutig. Da kann ich der Datenbank das überlassen. Das Ganze gruppiere ich dann nach bestimmten Grouping-Sets. Das heißt, diese Aggregatfunktion hier wird nach verschiedenen Kriterien gruppiert. Und zwar kann ich mir aussuchen, ich möchte das nach Department-ID und Department-Name machen. Im Grunde genommen wird Department-ID ja fast reichen. Aber dann sagt die Datenbank, ja, der Department-Name könnte sich ja theoretisch bei derselben Department-ID unterscheiden. Tut er natürlich nicht, weil Department-ID Primärschlüssel ist. Aber das weiß die Datenbank nicht, deswegen muss man beide Felder nennen. Bei der Job-ID genau das Gleiche. Und hier mache ich das nochmal über leere, runde Klammern. Und über leere, runde Klammern ist sozusagen das Klassische. So, über alles. Stand da noch was? Ach, Order-Buy hatte ich noch gemacht, genau. Ein Order-Buy hatte ich noch hinzugefügt. Department-ID und Job-ID, damit ich es in der Reihenfolge habe. Man weiß ja, wenn man eine Datenbank abfragt und kein Order-Buy macht, ist das Ergebnis nicht reproduzierbar, weil die Reihenfolge variieren kann. Tabellen sind Datenmengen oder Zeilenmengen. Und eine Menge hat keine Reihenfolge, also muss ich ein Order-Buy machen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich habe insgesamt 21 Leute. Das ist das Summieren über die leere Klammer. Keine Kriterien. Summa summarum 21 Mitarbeiter in diesem fiktiven Unternehmen. Und es gibt diese Abteilungen. Und wenn wir hier jetzt aufsummieren dürfen, die 8 und 6 und 6 und 1, dürften hoffentlich dann die 21 ergeben. Genauso auch, es gibt einen Inhaber, drei Verkäufer, eine Verkaufsleitung, ein Ingenieur, zwei Technikerentwicklung, zwei Zeichner und so weiter und so weiter. Dass ich also mehrere Ergebnisse auf einmal bekomme. Natürlich kann ich auch mehrere Abfragen hintereinander machen. Was ist der wesentliche Vorteil, dass ich das in einer Abfrage mache? Was habe ich davon? Ich habe einen Roundtrip weniger, auf jeden Fall, zur Datenbank. Das ist schon mal ein wesentliches Ding. Reines Performance. Reiner Performance-Aspekt, aber sicherlich auch wichtig. Das ist die Performance-Geschichte. Auch, ja, genau. Aber ich habe auch garantiert Daten, die zusammengehören. Ich meine, es ist jetzt nicht so sehr wahrscheinlich bei Mitarbeitern, dass die da irgendwo im Sekundentakt rausfliegen. Also es gibt ja auch so Firmen. Aber es könnten jetzt ja auch Aufträge sein, die irgendwo reingekommen sind. Wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, wo jede Sekunde da 20 oder 50 Aufträge reinkommen. Denken wir jetzt mal, der größte Postgres-Anwender in Deutschland ist... Ich weiß nicht, ob ich es einsetzen. Glaube ich nicht. Zumindest nicht in dem Maße. Zalando. Also wenn Zalando jetzt das irgendwie mit Bestellungen abfragt und die lassen zwei Abfragen im Abstand von drei Sekunden laufen, dann passen die Zahlen ja nicht zusammen. Das ist die Endsumme nachher verschieden. Muss ja. In der Zeit sind so und so viele Sachen wieder reingekommen. Oder hinten abgefertigt oder so. Ja? Deswegen. Also wenn man da irgendwas hat, wo die Daten sehr volatil sind, habe ich hier den Vorteil, das habe ich jetzt in einem Ding. Und müsste ich extra eine Transaktion daraus machen. Und die müsste ich auf Serializable setzen. Dann hätte ich natürlich auch denselben Stand. Dann habe ich immer den Stand vom Beginn der Transaktion. Das würde auch gehen, aber ist ja umständlicher. Außerdem haben wir so eben direkt alles. Es ist natürlich so, ich habe hier jetzt immer nichts oder ich habe hier nichts. Eigentlich ein bisschen unpraktisch, oder? Das schließt sich ja aus. Entweder summiere ich ja pro Job oder pro Abteilung. Da habe ich mir gedacht, das kann man ein bisschen verändern. Dann machen wir das einfach mal so. Das erschreckt jetzt auf den ersten Blick. Coaless bekannt als Funktion. Gibt es auch schon ein paar Tage. Coaless heißt, ich gebe jetzt mehrere Werte an. Spaltenwerte oder Literale oder was, völlig wurscht. Und die Datenbank guckt durch und nimmt sich den ersten, der nicht null ist. Wenn ich also jetzt auf die Spalten Department-ID und Job-ID gehe und gucke jetzt mal zurück in die Tabelle, es wird die Department-ID nehmen hier. Und hier wird es dann halt die Job-ID nehmen. Und hier ist nichts, dann bleibt es halt null. Das macht Coaless. Und genau das Gleiche habe ich dann gemacht mit Department-Name und Job-Name. Das heißt, Coaless Department-Name, Job-Name. Entweder wird es hier fündig oder es wird hier fündig. Und das kommt dann in die zweite Spalte dieser Tabelle. Auf die Art und Weise kommt das also zusammen. Ich frage dann auch nach, wenn ich gerade über Department-Name gruppiere, also mit diesem Grouping frage ich so einen Buhlschen-Wert ab. Nee, es ist eine 1 oder 0-Wert. Und da muss ich einfach nur wenn 1, dann ist es die leere Zeichenkette. Ansonsten schreibe ich dazu in Abteilung. Ich summiere die Leute in der Abteilung so und so. Das schreibe ich quasi als Text dahin und hänge den Department-Name an. Und für den Fall, dass ich über den Job-Name gruppiere, schreibe ich eine leere Zeichenkette dahin. Ansonsten das Wörtchen Job und dahinter den Job-Namen. Und hier nochmal Case-Grouping-Job-Name. Wenn beide da sind, irgendwie, wenn dann da 2 rauskommt, dann ist es irgendwie der Gesamtwert. Ansonsten leere Zeichenkette. Und das gibt dann die Spalte, die heißt Abteilung oder Job. Und die Gesamtanzahl, die heißt dann aber später Anzahl Mitarbeiter. Und das Ganze hole ich natürlich noch aus der Amp-Join und so weiter. Ist derselbe Join wie vorher. Und sortieren kann ich auch nochmal. Kommt sicherlich auch. Ja, Grouping-Sets sind auch dieselben wie vorher. Daran ist nichts geändert. Nur oben ist überarbeitet worden. Dann sieht es so aus. Das heißt, ich habe eine, entweder eine Abteilungsnummer oder auch eine Job-Bezeichnungsnummer. Und habe den Hinweis, dass es in der Abteilung so und so oder dass es eben der Job so und so. Und habe dazu die entsprechenden Zahlen. Und komme am Ende eben im Gesamtwert dann wieder auf die 21. Und habe das also direkt so aufbereitet, wie ich es brauche. Und wer heute Morgen im Vortrag zu JSON war, der macht dann noch ein 2JSON und hat das dann direkt fertig für den Browser. Aber das ist jetzt hier nicht Thema, das war heute Morgen. Aber das lässt sich darauf natürlich hervorragend anwenden. So, dann haben wir noch was Schönes. Da haben wir eine ähnliche Abfrage. Ups, eins zu weit. Aber jetzt mit nicht Group-By-Grouping-Set, sondern Group-By-Roll-Up. Roll-Up macht eine etwas andere Gruppierung. Und das sehen wir so. Dann werden die Sachen nämlich kombiniert. Deswegen habe ich es nicht mehr wieder zu einer Spalte zusammengezogen. Sondern da sehe ich, ja, Job-ID. Das ist die Abteilung, Pseudo-Abteilung, Owner. Da ist nur der Inhaber drin und so weiter. Und Summe sind natürlich auch eins. Und dann die Abteilung Sales. Die Abteilung Sales hat sechs Leute. Die hatten wir vorhin. Aber jetzt ist es nochmal so unterteilt. Die Kombination Sales mit Verkäufer, Sales-Verkaufsleitung, Sales-Bürokraft ist nochmal einzeln aufsummiert. Ich habe also sowohl die Summen über die einzelnen Kriterien, als auch die Summen über die Kombination der Kriterien. Das ist Roll-Up. Darüber hinaus gibt es dann noch Cube. Das habe ich jetzt nicht. Das kriegt man irgendwie in die Projektion nicht rein. Das wäre noch die dritte Variante. Da gibt es noch mehr Unterteilung. Da wird alles mit allem irgendwie kombiniert. Aber wir sehen auch hier, kommen wir wieder auf die 21. Aber eben diese 8 sind eben genau diese 8, die hier eben entsprechend unterteilt werden. Das ist die gleiche Abfrage, wie wir ganz am Anfang oder davor hatten. Nur eben statt Group by Grouping Set heißt es Group by Roll-Up. Das ist der Unterschied. Das ist nur das Schlüsselwort Roll-Up. Das Roll-Up bezieht sich auch auf diese Angaben hier. Ich habe die leere Runde Klammer nicht mehr dabei, weil das Roll-Up das sowieso macht. Und es zählt in die Leute pro Abteilung, aber eben auch pro Kombination aus Abteilung und Job. Deswegen wird in den Abteilungen nochmal nach den einzelnen Tätigkeiten zusammengezählt. Das kriege ich nicht in die Projektion, die Schrift wird zu groß. Deswegen muss man das hier so ein bisschen beschränken. Man sieht ja zum Beispiel, Bürofrachkräfte kommen sowohl zwei in der Verkaufsabteilung vor, als auch in der Development-Abteilung, als auch in der Production-Abteilung. Wie auch immer, genau. Ja, klar. Wird bei Facebook kompliziert. Ich glaube, die haben 15 Geschlechter. Ich habe mir die nicht angeguckt. Ich bin nicht bei Facebook. Ich habe nur davon gehört. So. Dann haben wir noch ein Kapitelchen beim OLAP. Und das sind die Window-Funktionen. Die Fensterchen. Man stellt sich ja immer so vor, ich habe eine Tabelle und die einzelne Zeile, das kann man sich ja wie so ein kleines Fenster vorstellen, was genau eine Zeile hoch ist und da rutsche ich immer so durch die Tabelle durch und gucke mir immer die Daten von diesem kleinen, schmalen Fenster an, was so über die Tabelle geht. Und genau dieses Fenster kann ich jetzt vergrößern. Ich kann also auf Daten gucken, die vor der aktuellen Zeile sind. Ich kann sogar nach weiter hinten in die Tabelle gucken oder über die Gesamttabelle gucken. Oder zwei nach hinten, drei nach vorn oder so. Das sind solche Sachen, die sind ganz praktisch, wenn man so auflaufende Summen haben will. Nach dem Motto, wie viele Leute sind insgesamt aufgelaufen, schon da irgendwo aufgetaucht oder so. Das heißt, jede Stunde kommen zwei. Also in der ersten Stunde sind zwei da, in der ersten Stunde sind vier, dann sind sechs, dann kommen drei dazu, dann sind es halt neun. Und so eine aufgelaufene Geschichte, die kann man damit sehr schön machen. Oder eben auch sagen, ich vergleiche einen Wert immer mit den beiden Vorgängerwerten. Oder ich vergleiche den einzelnen Wert mit seinem Vorgänger und seinem Nachfolger. Nach dem Motto, ist es rauf oder ist es runtergegangen. Auch sowas kann man dann unmittelbar in SQL erzeugen. Ich vergleiche immer mit dem Vor- oder Nachwert, macht dann einen Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten. Im Unicode-Zeichen, das haben wir da jetzt genügend Auswahl und da ja alles heutzutage ja Unicode ist, kann man dann da direkt die Sachen schon ganz ansprechend darstellen, ohne große Klimmzüge. Das Wort Window kommt aber jetzt erstmal nicht vor, aber ein bisschen später schon. Die Window-Funktionen haben, weil sie eben jetzt den Blick des einzelnen Statements über die aktuelle Zeile hinaus erweitern, wirklich eine neue Ära eingeläutet. Es gibt so Leute, die sagen, es gab SQL vor 99 und SQL nach 99. Das sind zwei Welten. Und trotzdem hat es sich dann irgendwie nicht so ganz rumgesprochen. So, das ist also die Idee. Ich habe also dieses eventuell mehrzeilige oder vielzeilige Fenster, was dann eben vom einzelnen Statement gesehen werden kann. Und die Definition der Fenster geschieht über eine sogenannte Over-Klausel. Was ist, über was summiere oder zähle oder sonst was, mache ich denn da irgendwas? So, in der Over-Klausel können drei Elemente vorkommen. Und zwar, zum Ersten ist es das Partition-by-Element. Wie teile ich das ein? Ich könnte jetzt hier Partition-by-Department-ID machen bei dieser einen Tabelle. Dann betrachte ich immer die aktuelle Abteilung, in der ich gerade bin. Dann kann ich zum Beispiel innerhalb der Abteilung die Leute nach Gehalt sortieren. Solche Sachen sind ja immer gängig. Und es gibt die Möglichkeit, das Order-by zu machen. Dann kombiniere ich das eventuell mit dem Partition-by und gebe die Satire-Reihenfolge in der Partition an. Habe ich einen Ort dabei ohne Partition-by, sortiere ich halt das Gesamte. Und es gibt noch Rows oder Range. Da sage ich, wie viel soll denn berücksichtigt werden? Soll jetzt alles vom Anfang berücksichtigt werden bis zur aktuellen Zeile oder ab der aktuellen Zeile bis zum Ende oder zwei davor, zwei dahinter oder so? Das ist das, was mit Rows bzw. Range geht. Wobei Rows ganz schlicht die Zeilen benennt. Da sage ich jetzt eben alles bis zur aktuellen Zeile. Dann wäre es exakt die aktuelle Zeile. Wenn ich das mit Range mache, bezieht sich das auf den entsprechenden Wert, über den bei Order-by sortiert wird. Das heißt, da würden noch alle Gleichwertigen mit in die Betrachtung eingezogen. Das ist also da der kleine Unterschied. Alle diese drei Klauseln sind wahlfrei, sodass es auch eine Over-Klausel geben kann, wo nichts in der Klammer steht. Die Klammer muss aber da sein. Jetzt habe ich das Generate Series mal eingesetzt, nicht so eine rekursive Commentable-Expression. Das ist der einfachere Weg, mal eben an 100 Zahlen zu kommen oder auch an 10.000, wenn man die haben möchte. In so einem schönen Buch über TSQL habe ich mal gelesen, ja, wir schreiben uns in .NET und programmieren unseren Wolf, damit wir eine Tabelle mit 10.000 Beispielnummern haben. Ja, Generate Series hätte man auch machen können, wenn die Datenbank es denn gekonnt hätte. So, wir summieren also über diese Serie aus Zahlen 1 bis 100. Die sind sogar sortiert und ich habe die Summe da draus. Das Summieren ist natürlich, wenn ich nur die Summe haben will, ist die Reihenfolge ja relativ wurscht, bringt das nichts. So, das zeigt mir aber jetzt die Summen, weil ich das jetzt, oh, dabei ist nicht zwingend bei der Funktion, die macht es ohnehin in der richtigen Reihenfolge. Wenn es eine Tabelle wäre, müsste man es machen. Und ich fange an zu summieren. Ich summiere 1, ich summiere 2 dazu, komme ich auf 3, dann kommt eben die 3 dazu, käme ich auf 6 und so weiter und ganz zum Schluss von 4950 auf 5050. Das heißt, ich mache das so, dass ich also insgesamt wirklich 100 Zeilen im Ergebnis habe und die Summe der ersten 100 Zahlen ist eben 5050. Das ist so eine laufende Summe, die läuft so mit. Das liegt am ORDER BY. Das ORDER BY, wenn ich das in der Klausel drin habe, dann heißt diese Aggregatfunktion, die hier steht, immer, dass ich vom Anfang der Tabelle bis zum aktuellen Datensatz die Daten einbeziehe. Und deswegen habe ich eben erstmal nur die 1 und dann die 3 und die 6 und so weiter. Wenn ich dagegen partitioniere, könnte das so aussehen. Eben schon angeregt. Die Partmaterial, die ist eine gängige Einteilung für sowas. Ich mache also jetzt einen K und Stern über und zwar pro Abteilung. Und da kommt dann die ANZMA, also Anzahl Mitarbeiter, raus. Und ich hole mir dann das kleinste Gehalt über die Abteilung. Da mache ich aber erstmal eine Zeichenkette raus, damit ich das Wörtchen bis dazwischen schreiben kann. Zeichenkettenverkettung. Hole mir dann die Maxcelery aus derselben Abteilung. Und das Ganze wird dann wieder ein VAKA und das wird zusammengesetzt zu einer Spalte Gehaltsspanne. Ich bekomme also heraus, wie viele Leute arbeiten in der Abteilung und wie ist die Gehaltsspanne vom kleinsten bis zum größten. Und dann habe ich noch das Durchschnittsgehalt, auch über dieselbe Fensterdefinition. Das machen wir dann so, damit wir nicht so viele Nachkommastellen haben. Eigentlich ist eine Datenbank nicht dazu da, Daten zu formatieren, aber um das jetzt so handlich zu haben, castet man das auf Numeric 10.2 und dann hat man eben auch eine ordentliche Formatierung. Und das hole ich mir aus den Employees, gejoint mit Department, so wie vorhin auch schon. Den Job brauchen wir jetzt nicht dazu. Denn das ist egal, es geht nur darum, was machen die Leute in der Abteilung. Da wollte ich eigentlich auch mal das Ganze in der Praxis zeigen. Moment, dann kopiere ich das mal eben raus. Denn wir wollen die Tabelle ja auch sehen. Dann haben wir hier das Fenster. Da müssen wir eben raus. Und zack. Das Ganze, die gibt es nicht. Das ist ja wunderbar. Ich glaube, das heißt, Bosse ist... Klack, klack. Ah, oh, ah. Den muss ich größer machen. Moment. Ich bin natürlich hier auf dem anderen Fenster, deswegen muss ich so blöd gucken. So, so sieht man es besser. So können wir also dann sehen, dass wir also einzelne Mitarbeiter haben. Das heißt, es bleiben wirklich die 21 Shows alle übrig. Und man sieht, aha, Kai und Marie, Herbert, Anna arbeiten in der Abteilung Sales. Und in dieser Abteilung habe ich eine Gehaltsspanne. Die ist natürlich bei allen gleich. Das Durchschnittsgehalt ist natürlich auch gleich innerhalb derselben Abteilung. Das heißt, ich habe gruppierte Werte, also Aggregate, obwohl ich noch jede einzelne Zeile habe. Das ging vorher nicht. Na, habe ich ihn wieder gruppiert oder ich habe nicht gruppiert? Ja? Das ist der Chef, der kriegt nichts. Das ist der Inhaber. Der hat kein Gehalt. Dem gehört der Laden. Der hat Null. Also Gehalt ist größer als 1000 oder Null heißt es in der Tabelle. Jetzt habe ich mal so festgelegt. Der kriegt nichts. Der kriegt den Unternehmensgewinn. Der kriegt kein Gehalt. Deswegen habe ich halt so eingegeben. Ist ja Spielerei. Deswegen ist er auch allein in seiner Abteilung, die sich Owner nennt. Aber ist halt so. Da kann man eben genau sehen, wie die Gehaltsspanne ist. Und man kann das eben auch schön zusammensetzen, weil wir die jetzt jeweils in Zeichenketten umgewandelt haben, mit Doppelpipe verbunden haben. Kann man die Daten also schon so aufbereiten, dass das nachher schon ganz handlich ist. Solche Sachen gingen früher also nicht so gut. Das ist also ganz typisch jetzt, dass man so eine Sache hat. Ich habe gruppiert. Jetzt okay, alles nach Department. Aber ich hätte jetzt auch völlig verschiedene Gruppierungen nehmen können. Müsste ich mal gucken. Aber wenn wir gleich ein größeres Ergebnis haben, ist es auch ein bisschen übel. Reicht schon? Gut. Dann schauen wir mal, dass wir wieder zurückkommen. Genau, das war's. Ich glaube, das ist genau dieselbe Folie jetzt. Ja, das war das. Das ist doch dasselbe, ne? Ach, komm. So. Aber was wir jetzt festgestellt haben, diese Definition der Partition, dass es eben über dieses Department geht, das haben wir jetzt da, ich glaube, vier oder fünfmal gesehen, ne? Ist ein bisschen lästig. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist nicht so schön. Wo läuft der denn jetzt wieder hin? Ja, das ist genau das, wo ich zeige, wo man das eben vermeidet. Und zwar habe ich jetzt schlicht und ergreifend, ups, eins zu weit, schlicht und ergreifend mein Fenster, jetzt kommt das Wort Window, jetzt habe ich das Fenster wie Abteilung genannt und hier die Definition reingeschrieben. Und dann schreibe ich hinter jedes Over einfach nur den Namen des Fensters. Das heißt, ich definiere weiter unten das Fenster mit dem Namen und setze den einfach nur ein. Vor allem habe ich noch kein Problem mehr damit, wenn ich daran jetzt was ändern will, dass ich es an drei von vier Stellen ändere. Man kennt das ja, Murphy's Law und so. So habe ich das wirklich in der Stelle komplett zusammengezogen. Die Position dieses Window steht hinter einer, kommt jetzt hier nicht vor, einer eventuellen Where-Klausel. An der Stelle wäre das dann. Vor dem Group By. Row Range hinter Over kann man auch verwenden. Wenn ich das nicht mache, wenn ich kein Order By habe, wird alles verwendet. Mit Order By, aber ohne eine Einschränkung, werden alle Zeilen vom Tabellenanfang bis zu denen mit demselben Wert wie die aktuelle Zeile verwendet. Das könnte man auch ausdrücklich dazuschreiben mit Range Unbounded Preceding. Ober- und Untergrenzen kann man aber auch angeben. Und zwar können dahinter stehen entweder Unbounded Preceding, ausführlich between Unbounded Preceding and Current Row, oder irgendwas mit Between, und zwar Unbounded Preceding, eine gewisse Anzahl Preceding, die letzten drei oder so, die aktuelle Zeile, oder so und so viel danach, oder eben auch alles, alles was dahinter ist. Ich könnte also gucken, was ist ab jetzt bis zum Ende. Auch das wäre eine Möglichkeit, die ich da nehmen kann. Kann interessant sein, wenn wir sowas machen, wie Ordnungsfunktionen, mit Row Number, das ist ganz simpel, Zeilennummer. Keine besondere Aussagekraft. Rank ist also der Rang. Wer verdient am meisten, wer verdient am zweitmeisten, am drittmeisten. Und dann gibt es noch den Dense Rank, der ist so ähnlich. Nur wenn ich zwei gleiche habe, setzt der Rank nicht mit der nächsten Zahl fort, denn das waren ja zwei Personen schon, der macht eine Lücke in die Nummerierung, und der Dense Rank macht keine Lücke in die Nummerierung. Wenn es also, sag ich mal, zwei zweite Plätze gab, gibt es keinen dritten, dann ist der nächste nämlich der vierte, bei Rank. Bei Dense Rank würden die Lücken weggeschoben. Natürlich hat Rank nur dann Sinn, wenn ich Ordnungsfunktionen dabei mache, ist sonst relativ witzlos. Das hat keinen Zweck. Und Rank und Dense Rank unterscheiden sich durch diese Lücken. Kann man auch mal anwenden. Sieht dann also so aus. Die Row Number, einfach nur durchnummeriert, über alles, nichts eingeschränkt. Und dann die Row Number über die Abteilung und Rank über die Abteilung kann ich auch machen. Und dann sieht man das eben, wie man das machen kann. Und die Partition ist jetzt die Department, aber Order by Salary. Und deswegen bezieht sich eben der Rank, beziehungsweise der Dense Rank auf die entsprechenden Gehälter. Und sieht im Ganzen dann, ja, haben wir noch ein Order bei, ist auch klar, irgendwo sinnvoll, sieht dann im Ganzen so aus. Ja, warum ist der Hans jetzt da oben, obwohl er nichts kriegt? Ja, gute Frage sozusagen an der Stelle. Ja, Sortierung ist Nulls First im Zweifelsfalle. Ob eine Datenbank Nulls First oder Nulls Last macht, ist nicht im Standard festgelegt. Die dürfen sich das aussuchen. Aber wenn man es dazu schreibt, muss es so machen, wie man es will. Ich habe nichts dazu geschrieben. Bei PostgreSQL ist Nulls First der Standard. Deswegen, obwohl er nichts kriegt, ist er der Top-Verdiener, wenn man so will. Und alle anderen sind dann eben entsprechend nummeriert. Die Anna ist ja auch die Chefin der Abteilung, deswegen kriegt sie auch mehr als der Herbert und so weiter und hängt eben von Tätigkeiten ab. Ist eh alles Quatsch, die Daten. Alles nur Spieldaten und so ist das also. Eine besonders schöne Aufgabe, die kann man wirklich nur anreißen. Wir sind auch jetzt am Ende des Vortrags. Happy Birthday. Stellt euch sowas mal vor. Ist doch, halte ich nicht für ganz Praxis irrelevant. Könnte man machen. Geburtstag wird gefeiert und man muss immer für denjenigen, der als nächstes Geburtstag hat, sozusagen, nee, für den, der vor einem Geburtstag hat, dann muss man das immer irgendwie ausrichten. Da muss man also in den Kalender gucken. Wir brauchen eine Liste von Mitarbeitern und dem Kollegen, der vor Ihnen als letztes Geburtstag hat. Und natürlich muss ich auch angeben, was da stattfindet, wann die Falle sein muss. Und das Ganze ist abteilungsweise geregelt. Und jetzt haben wir die Mitarbeitertabelle und wollen da auf einen Schlag genau diese Liste haben. Okay, geht nicht in drei Minuten. Deswegen kann ich jetzt nur ein bisschen zeigen, wie ich es mir zusammengestrickt habe. Ich habe mir als T1, als erste Common Table Expression, das Geburtsdatum ohne Jahr als Spalte BD wie Birthday rausgezogen. Da strickt man sich einen, dass man also den Birthday als Zeichenkette nimmt und dann die Zeichen vom Sechsten für fünf Zeichen da raus. Da kommt also dann Monat und Tag raus. Jahr, Monat, Tag, ISO 8601 ist natürlich Standard. Könnte man nachher noch umgruppieren, wenn man diese alte deutsche Schreibweise haben will. Mit der zweiten Common Table Expression ziehe ich mir dann raus, wer sozusagen der Nächste ist. Der Nächste ist immer Lag und der Vorige immer Lead. Lag wäre also sozusagen immer der Nächste, aber wenn es dann irgendwie, die, wenn es den nicht gibt, weil ich selber irgendwie schon der Letzte bin, gibt es keinen mehr danach, dann hole ich mir da irgendwie den Last Value raus, deswegen wieder mit dem Coaless, wenn es den nicht gibt, nehme ich den, damit ich das eben entsprechend rauskriege und es geht immer zwischen der aktuellen Zeile und allem dahinter, damit das Ganze auch funktioniert. Und da kriegt man dann, wenn man Glück hat, so eine Sache raus. So sieht das als Gesamtes dann aus. Das Hauptselect wäre dann dieses hier. Da muss ich die Tabelle, die ich da habe, mit sich selber joinen, die Angestellten mit den Geburtstagskindern, die A's mit den G's und da kriegt man also auch solche Fragestellungen durchaus gelöst und kriegt dann eben einen Geburtstagskalender raus. Das könnt ihr euch dann zusammensetzen und dann wird das funktionieren. Die Daten sind auch alle da und ich veröffentliche dann eine PDF dazu hier über die Frostcon-Seite. Da sind die Daten dann auch mit drin. Die sind als Attachment dabei, da zieht man sich die raus. Jetzt habe ich euch eine ganze Zeit zugequatscht und ein bisschen erschlagen. Vielleicht haben wir noch ein oder zwei Fragen, die wir beantworten können. Gucken wir mal. Wenn ihr mögt. Wenn man die Uhrzeit hätte, die haben wir im Allgemeinen nicht. Es kann dann durchaus passieren, dass dann einer für zwei Leute die Geburtstagsfeier ausrichten muss, aber die Leute werden dann ja auch nicht doppelt so viel Kuchen essen. Das heißt, man braucht trotzdem nur die gleiche Anzahl an Kuchen, das ist dann nicht so schlimm. Aber natürlich können die beiden dann gemeinsam sozusagen für den anderen ausrichten. Also doppelte Geburtstage sind in der Hinsicht dann kein Problem. Vielleicht wird die Feier etwas größer, das muss man dann gucken. Ja, das war die Sache mit dem Coalesce, dass ich dann eben auf den anderen springe. Dann springe ich sozusagen über die Jahresgrenze hinaus. Das ist das Coalesce, weil ansonsten der Lagwert, wenn ich am Ende bin, ist es halt, dann darf ich da ein Nadel drin stehen und dann ersetze ich das über Coalesce durch den nächsten Wert. Genau. Bei der ersten, ist die erste oder zweite Abfrage, also der Skolz-Sekons selbst war dann auch zweimal Betragssumme in den Subselex enthalten. Sobald mir das bekannt ist, ist doch eher angesagt, dass man dann unterschiedliche Begriffe verfüge ich unterschiedliche Untertabellen nennen. Ich weiß nicht genau, auf welches Beispiel du dich beziehst. Müsst du mal gucken, ob wir da was finden hier. Machen wir mal so. Das dauert nämlich zu lange. Das hat keinen Zweck. Nee, das hat keinen Zweck. Ja. Ich habe gesagt, man könnte da schneller durch, aber irgendwie kann er das nicht. Weiß auch nicht, warum man das nicht hinkriegt. Nee, dann würde ich nämlich sagen, dann schiebe ich das mal rüber. Dann machen wir das mal groß. Dann kann man leichter finden, in welcher Folie das vielleicht war. Ich da durchblättere. Aber welcher hast du dich? Na? Kannst du oben beginnen? Ja, der hatte ich jetzt selber schon vorgeblättert, ne? Da schon? Nö, nö. Das ist ja noch kein konkreter Code. Da war es. Der hatte ich mal bunt gemacht. Der bunte kommt leider nicht. Dort ist ja der erste Abschnitt und der zweite Abschnitt jeweils select mit eigenem Betragssumme. Das ist ja die aus dem Regierungsum, das ist ja die Betragssumme, wird ja hier verwendet. Das ist ja die Tabelle, hier definiere ich die Common Table Expression, hier verwende ich sie. Das heißt, die Betragssumme, die ich hier definiere, frage ich ja hier ab. Und die da oben ist, gilt ja noch für die da unten vor den Frommen. Und das greift ja auch durchaus auf die Sachen zu. Und ich kann das hier auch gleich nennen. Die sind ja getrennt. Das ist kein Problem. So benenne ich das in der Ergebnistabelle und dass es in irgendwelchen Zwischensummen auch so heißt, stört nicht. Kein Problem. Ich habe es so durchlaufen lassen, das ist egal. Kein Problem. Das war die Zeit. Mehr haben wir nicht. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war interessant. Und viel Erfolg mit Postgres und anderen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!